ja hallo leute willkommen zurück zum neuen video heute mache ich einfach mal ein pokémon go hack und zwar ich habe mir halt einen neuen account gemacht das sieht man auch über zwei halt und ja das das geht halt nicht mehr mit dem fake gps aber ich dachte mir so ja komm scheiß drauf kannst einfach mal machen und ich habe einfach mal new york gemacht und central park das ist doch einfach heftig hier lockt modul ich könnte mich auch bewegen ich wollte euch nur mal zeigen wie das dann aussieht das geht nicht mehr weil nientik das geblockt hat aber das kann man ja trotzdem machen warum nicht das ist doch geil ich kann ja mal gucken ob es auch funktioniert wenn man geht eigentlich müssen die pokémon spawnen was habe ich probiert jetzt wollen irgendwie nicht okay ich glaube also ich bin jetzt ein bisschen gegangen er geht nicht ob es liegt daran das wollte ich damit sehen kann wo ich bin aber ich finde es wobei ich ja eigentlich eigentlich zu wenig platz um hier gerade zu gehen arena kann ich auch noch nicht angucken wie gesagt über zwei aber ich habe einen richtigen account das ist jetzt dieser hack account ja ich kann jetzt ja mal probieren so ein bisschen zu gehen da ja ich bin gerade draußen ich gehe gerade ein bisschen und ja bewegt sich nicht scheiße ja ich gehe echt ein paar schritte ihr seht ich habe immer weniger internet ja also es geht nicht ja schade aber ich wollte sich das halt mal zeigen und ja egal scheiß drauf ne dann ja ich hoffe euch hat das kurze video gefallen und ja ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr bei pokémon gehackt habt also ich habe nie wirklich gehackt das ist jetzt mein erstes malen ist eh nur ach so ähm ja wann habt ihr eigentlich angefangen wo ungerutscht sollte ich auch noch fragen habt ihr direkt als in playstore kam und appstore oder habt ihr schon über den illegalen link gemacht bei mir war es so ich habe einen tag vorher bekommen aber habe ich nicht gemacht weiß ich wieso kein bock und was ist kein bock habe halt nicht gemacht und dann einfach über playstore okay ciao